das wird aus das heißt automatisch werden jetzt unsere unsere dings besser die 15 4 die schatzkarte ist abgefrühstückt das heißt die verschwinden dann du bist stein baum stein baum stein baum ja hier oben ich gehe natürlich da und zwar wo genau genau in der mitte geschickt das rundschild der wächter geht so war er halt die grüne aber nicht mehr ganz 1 höher jetzt jetzt finden wir hier eine zweite grüne ja moin ich will ich gerade nicht ich will dann ja ganz dann ist es machen hier ein feuerball reindrücken und nicht wegschubsen wie sieht das eigentlich aus was wir gerade suchen und die wieder die falsche taste ach wieder stein baum stein baum stein baum stein baum jetzt haben wir endlich mal verstanden wie das mit der schatzsucherei funktioniert ich bin eigentlich da rausgekommen ganz am poppest der welt das sind so wissen hallo wir du kriegst den dahin bei dem einen schritt zusätzlich ist das schon gut mit der theoretisch noch im zweiten schritt machen da komm rein auf den meter erlaubst dir so und ab jetzt weg die weg ich setze mir doch mal glatt weg da so ein blitzes die dings sind hast du die reich heute geht angeht um herzig die richtung So, Feuerbällchen, so. Ähm... Ja, jetzt habe ich gerade den Feuerball verbraucht. Und? Was geht euch so? Ach, sagen wir Abendbrust, nö. War schon zauber. Ja, warte mal hin. Was, aber Kampfstab. Okay. Ey, 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 ey. So. Dazu muss ich aber so anstrengen. Oben kommt man nicht mehr weiter. Ach, das ist wieder so eine blöde Blume. Oben kommt man nicht mehr so anstrengen. Oh, ich muss das bitte lassen. dahin gehen bei dem blitz auf welcher prägt und lassen jetzt hoch und versuche ja dich gewollt machen ich will das immer so langweilig meistens nie was ich dabei erzählen sollte antidote kraut leid ich dich nicht jetzt klüftet hier war noch nicht gefunden wie hallöchen meine dame werden die gebraucht und dürfen sehr gerne wegtreten dinge die ich eigentlich nicht brauche mal auf und bis auf wirklich bis auf die idee die normalen heil kräuter und eventuell mal käferfleisch zum reisen wo das freundlich zu mir sein und kriegt die bisher egal die blöde kackalake jetzt einmal rum das ist wieder dunkel die möglichkeit einfach so lager aufzustellen wäre auch cool also das spiel ist echt toll aber es hat so ein paar schwächen die man gerne ausbessern kann von mir aus zum einen besseres inventar management ein bessere äh ein bisschen schöneres befeuerungsmenü näher okay die schon recht genial das leveling könnten so ein bisschen ändern wenn ich sein dass ich von einem gebiet des andere gehe in dem einen habe ich alles umgepolzt und kaum bin ich einen schritt weiter werde ich von allem platt gemacht auch nicht sinn und zweck der übungen die waffe gewechselt waffe wechseln mal wieder essen jetzt heißt es eigentlich für uns herzkarte 53 halt bei nachtrecht scheiße zu finden die möglichkeit ein eigenes lager aufzubauen wir genial und vielleicht einfach mal so in der wildnis die nacht zu überspringen ich müsste jetzt von hier aus hierhin marschieren um ein um die nacht zu verbringen ist wenn ich bis dahin bin die nacht auch schon wieder vorbei ich will doch bloß meinen schatz heben das heißt ich muss die anderen also meine uns mal wieder trennen auch noch mal rein warum habe ich das jetzt gemacht Hier steigen Pils, steigen wir eigentlich. Hier steigen Pils, nein. Kann das hier sein? Ne. Also wir brauchen etwas, was aussieht wie Pilze mit Steinen im Kreis. Hier nein, da auch nicht. Das ist echt, warten bis zum nächsten Tag. Dann gucken wir uns mal ein Gebiet weiter um. Ich würde mal hier irgendwas interessantes hören. Da müssen wir eigentlich danach bei 19,6 und die 20,3. 19,25, 29,2. Achja, hier 19,6. Da. Die 20, da. Auch wieder den nächsten Weg. Hier. Feuerball. Du darfst da hin, du darfst da hin. Das du immer wieder chargen kannst. Da. Alter. Und schon wieder unseren Lebenspunkte Buff verloren. Einfach weil die hier so mörderisch hat, sind die Viecher. Da. Oh, hab ich einen Poster-Buff. Da. Ich will jetzt erstmal Lebenspunkte regenerieren. Bevor ich mich dem Hombro da unten nähe. Ich will mich selbst nie wieder einfach so angreifen. Mal schauen, lieber. Ist das hier irgendwie ein moderates Gebiet? Ja, moderat. Kein Wunder, dass die uns so schnell platt machen. 110 Runden bis Sonnenaufgang Uh, nett Kann ich auch Überzeugte Axt Viele Runden noch bis Sonnenaufgang 82 Runden lang Gucken was man macht 47 Fertig langsam heller Gibt trotzdem nix 47 Auflauf, lauf Ich will mein Schatz Gib ihn mir Irgendwo wurde der größte Schatz der Welt versteckt Hier nicht Man kann es jetzt besser erkennen Auch nicht Hier könnte es sein, aber ich glaube es eher nicht Maybe Hier Oder hier Stellen, die ich noch nicht aufgedeckt habe Was haben wir hier? Hier aber nichts Hier Nein Fuck Inventar Da nicht Da nicht Da nicht Hier was seht Sagt mal bitte Bescheid In Auch nichts Ist die vielleicht hier nicht? Die Formation Immer hier in die Mitte Müsste ungefähr die Mitte sein Ach wir sehen nicht die ganze Map Oh hier Wir merken uns die Nase mal als Haben wir uns aus Äh Haben wir Geguckt Nö Ich kann nämlich nicht weiter rüber Das heißt wir gehen jetzt hier da mal hin Und gucken alles jenseits dieser Nase Auch nicht Mysteriös Ein Steinpilz 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 Wee, wee, wee. Das war's. Nö, aber nicht. Das heißt, imap, komm mal, ja, 15.3. Inventar 15.3. Letzter Blick. Nö, aber nicht. Jetzt gehen wir weiter. Beispiel. Okay. Okay. Okay.